endlich endlich ja 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 die fiktion die kervor wunderbar luftraum ist momentan sowas von egal ich bin so viel flachs und sonst irgendwas haben das juckt mich so überhaupt rein gar nicht okay moment erstmal das machen danach tun wir die angriffsbefehle weitergeben die hier noch aber noch einen und da haben wir noch was sagt wunderbar ich möchte nämlich dass der kampfmann hier oben hier bist du das daher das seid ihr hier so wie es ausschaut euch gehört der ganze trupp hier okay das heißt ihr macht eine offensiv linie quasi die so hingeht angreifen ja das schaut richtig gut aus dann sagen wir nämlich gleichzeitig der truppe unten welche auch immer es ist der hier macht einen offensiv angriff der quasi das hier mit einnimmt überfallen sie einfach nur überfallen sie einfach nur so was von hier das passt das passt das passt auch und gleichzeitig sagen wir noch ihr hier seid ein trupp orange die eigentlich sein bitte einmal wenn ihr schon sonst nichts macht offensives vorrücken und zwar so rüber los geht's ja das sieht das ist richtig gut sogar das sieht mehr als gut aus legt eure dinge zusammen das ist in ordnung soweit das sage ich nicht mehr dazu so hier unten können wir doch noch sagen die nächste offensiv linie bitte von so nach so okay das ist vielleicht ein bisschen komisch ausgibig zu aber so ist was soll es so wie es ausschaut uns eh grad selbstständig agieren aber erst sobald man den meinen angriffsplan geschickt hat scheint das gar nicht mal so schlecht zu laufen würde also wir können noch sagen mit nr 1 erforschen nummer 2 erforschen und danach müssen wir gucken dass man wieder quasi friedlich mit denen sind research das waren nämlich genau hier unification ganz wichtig muss immer sein muss immer wieder mal sein kräftige von oben noch ein bisschen das mich schon hier sie werden umzingelt sie werden umzingelt auch wie putzig okay dann kann man nämlich sagen ihr schaut dass ihr offensiv linie quasi nach so rüber verlegt jeb das nimmt alles ein das schafft ihr ich glaube an euch das sollte eigentlich ein kinderspiel für euch sein dann haben wir eins zwei drei vier vier ganze legionen hier oben wenn das nicht reicht dann weiß ich auch nicht ihr seid ihr habt von euch gibt es noch probleme wahrscheinlich aber da habe ich eine idee da habe ich eine idee ist das ist auch so viel das ist so viel da oben spürt probleme ja glaube ich sofort das glaube ich aber sowas von fort sofort dass ihr da probleme bekommt wir müssen alles hier verbessern insoweit möglich natürlich dankeschön passt soweit weiter wird gebaut könnt ihr das noch weiter einnehmen danke danke darauf habe ich nur gewartet alles mitnehmen dann dann wunderschön die blaue linie hier das hier weg so gleichzeitig sagen ihr macht die neue frontlinie direkt das wollte ich jetzt nicht ach ja hier mit aggressiven vorrücken ein was dazugehört jeb los geht's geht an die front hin ok wie schätzen mit euch aus 43 prozent schon schon ok ich nicht gedacht dass das so schnell gehen könnte frontlinie bilden von hier nach dort über hin bitte ja und die nächsten von von hier nach quasi da und die nächsten müssen von hier nach hier alles einnehmen hahaha das könnte auch lustig werden können wir da vielleicht früher 83 prozent ich hoffe dass das früher fertig wird das hoffe ich gerade inständig sonst noch irgendwas gerade leitpanzer brauchen wir noch welche das wenn wir da noch produktion rein bekommen könnten 1 2 3 4 5 1 3 4 5 da kann man noch bis was machen ich glaube noch mehr moderne war es weißt du was 15 1 3 4 5 1 3 4 5 da machen wir 10 soweit es möglich ist ja das passt dann sind wir für die zukunft auch gewappnet ähm wie schaut es momentan aus für die hier fast zu weit fast zu weit gebraucht ein training ein höheres training für die ganze richtung ok ich habe nachvollziehen kann ich vor allem ganz davon aussehen details für den nächsten panzer sind soweit doch wupple nicht allein nicht so allein so schnell vorbrechen ähm hier und hier wie gesagt das einfach nur einfach nur dass wir es gemacht haben an der stelle vielleicht kann ich ja nachher noch ein paar spezialisierung mehr angucken so wie wäre es denn wenn wir sagen die kleine armee hier wer seid ihr denn überhaupt ah ihr hier ok macht bitte eine offensivlinie quasi hier rüber und angreifen ihr müsst dringend ein bisschen was einnehmen stelle ich gerade fest egal was kommt aggressiv vorrücken einfach einnehmen wir haben genug mittel wir sollten genug mittel haben sagen wir es mal so wenn nicht genug mittel haben dann muss ich mal kurz gucken wir haben infanterie waffen das aber auch das aber auch panzer kommen ja nach und nach und hier wir haben noch mehr art wir haben artillerie zu vergeben stehe ich gerade fest ähm editieren artillerie da haben wir schon ziemlich viel drin eigentlich haben wir schon richtig viel drin sogar ähm das sind zwei panzer die ich so ein light destroyer medium destroyer wargott jetzt wird es richtig viel edit jetzt haben wir auch soweit dann müsst ihr mir eben zurechtkommen was ihr bekommen habt von mir tut mir leid irgendwann dürfen sie ja nichts mehr haben ich meine wir machen zwar verlust und alles drum und dann aber im endeffekt zum guten letzt sollte das was eigentlich eigentlich bringen wo haben wir denn viele jetzt schwören können irgendwo hat noch welche bin ich ah guck mal her hier alle nach der trümpft liegen und sonst noch irgendwo welche nein rechte man nicht mehr gemacht okay dann bitte wir haben ein bisschen ein minus aber theoretisch sollten wir überall den luftkampf gewinnen 800 zu 800 jep das gewinnen wir auf jeden Fall auf Dauer sollten wir hier jeden kampf gewinnen können da war gerade nicht ganz bloß da war gerade ein kleines bloß ich habe es gesehen da genauso wie hier jetzt haben wir es jetzt haben wir es eingenommen nicht so schnell weiter nicht so schnell weiter wir haben noch ein paar kleine hier wir haben hier noch ein paar kleine Einzelteile das, das, das das Skorpion noch Spezialvariant und sonst nichts mehr dann haben wir alles okay es hat funktioniert es hat funktioniert okay ähm Orangener Skott der da oben bitte Offensivlinie erweitern nach dort drüben definitiv starten mit der Aktion sie sind gerade abgelenkt sie sind massiv abgelenkt so und ihr wart die da unten yep das heißt ihr macht eine Offensivlinie quasi hier rüber rein und verbindet das Ganze miteinander und könnt euch vielleicht sogar treffen danach machen die hier einen Ausfall das sollte mehr als gut funktionieren aber ich bin begeistert das ganze Gebiet und unsere Kontrolle okay wie schaut es denn hier momentan aus 60% das dauert noch ein bisschen finde ich froh bin ich mir ist mir alles froh drum 89% das dauert noch ein bisschen wenn wir dann quasi einen Trupp hier noch haben und der hier ist sollte es eigentlich auch ausreichend sein aber hier unten bräuchte ich mir noch einen weiteren können wir denn wer seid ihr eigentlich ah hier ihr ihr der Trupp hier ich finde es immer etwas merkwürdig ihr seid hier und ihr seid hier hmmm hmmm okay ihr seid die 20 Mann Division könnt ihr denn die Offensivlinie quasi bis hierhin machen wäre das eine Option an der Stelle anscheinend ja okay wenn das möglich ist dann sagen wir ihr hier unten macht bitte eine Offensivlinie quasi puh das könnte jetzt ein bisschen problematischer werden so rüber es ist ein bisschen ungerecht verteilt gebe ich zu aber es könnte hinhauen jep es würde auch hinhauen es würde auch hinhauen solange die Bergfestung hier unten fällt wird es hinhauen wie schaut es momentan aus manntechnisch auf jeden Fall panzertechnisch weitem noch nicht gut sind viel zu wenig super heavies auch danke 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 brauche ich also weit nicht adamantiumine die ist heute aber weil ich gerade sagen die ist heute aber mit dabei sein könnt ihr denn ich meine die sind ja schon fast eingenommen okay hier und dort noch ein bisschen rumfahren wer seid ihr denn ihr seid der Turb hier ich habe noch dieses kleine Eckchen das ist natürlich nicht so viel wie wäre es denn wenn ihr quasi den Bereich hier noch mit einnimmt so ihr habt genug Power auf diesen kleinen Feldern um das zu schaffen würde ich sagen oder ja sotten nicht so schön wie es gerne hätte aber ja wunderbar eingekreiselt einnehmen einnehmen weiter ab nach oben können wir nicht gucken dass die dann quasi hier sich rein verfrachten die orangenen hier weiter nach drüben gehen die units ich bin jedoch darum aber ich kann noch nicht droppen warum nicht noch zwei fehlen ein bisschen fehlt noch ein bisschen fehlt noch da fehlt so einiges momentan oder ich hab ach nein ich hab ich hab denen noch keine Location geben zum droppen hier hinten 16 17 18 19 20 so ein voller Kampfverband hier der natürlich wieder unter einem neuen Kommando kommt Kommandos sie werden langsam toll sie werden echt toll bitte Frontlinie von da nach da aggressives vorrücken so wie die anderen auch und beginnen sind überall aggressiv momentan anscheinend ja und ich bin zufrieden damit ich bin mehr als zufrieden damit anon forse das wollte ich doch gar nicht die machen wir diplomatie diplomatie was hier 85 prozent okay das scheint mir noch recht gut zu sein genau und jetzt müsst ihr erstmal alles reparieren bevor wir weitermachen so hier gibt es einen kleinen overlap ja weil ihr hier 43 und 24 division bis seit ihr oder wie ne seid ihr nicht die ihr seid ihr seid hier Hilfe manchmal ist nervig manchmal ist nervig offensivlinie bitte bilden von hier 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 so rüber nein das schaut nicht gut aus das schaut ganz und gar nicht gut aus geht da 20 sowieso ausschaut ist nicht mehr mit dabei bei dem ganzen 1234 ok jetzt geht ihr nach da oben sowieso schaut es ist glaube ein bisschen besser für den moment so dann kann man nicht sagen der recht hier kriegt jetzt eine neue aufgabe offensivlinie hier rum machen so das könnt ihr jetzt einnehmen bitteschön so schnell wie es irgendwie geht und ihr hier hinten das scheint trotzdem die richtigen zu sein diese taktik finde ich etwas komisch die cut glaub auch so und nicht dahin das gehört so nicht hin haben wir auch die see eingenommen wir haben hier unten auch die see eingenommen ok das könnt ihr einfach weiter machen macht es einfach weiter unten ich muss wirklich hier oben aufpassen gerade weil ein einfach nur da unten ist was ich nicht nachvollziehen kann front linie bitte einmal offensiv linie das möchte ich doch haben hier hin und angreifen wunderbar los geht's mit luft unterstützung mit allem drum dran sollte es eigentlich eine schaffbare sache sein sagen wir es mal so so und ihr könnt ja genau wenn es angriff wird könnt sie direkt wieder weitermachen nehmen hier alles mit das haben wir das haben wir auch im astatis programm genau 2 3 4 5 6 ein crust war mit dabei ja gut kann ja mal passieren kann ja mal passieren ein post schüttern ich glaube jetzt haben wir genug ah hier die predatoren hatten wir noch und das war's 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und das war alles ja das war alles ok ihr baut noch weiter ihr seid unterwegs und hoffentlich kommen die anderen paar auch mal irgendwie quasi her ist doch etwas komisch dass quasi nicht die ganze division hier ist wo seid ihr ihr seid hier kommt alle jetzt mal mit nach oben hin kann ich angehen dass sie einfach nichts macht hier hinten so muss jemand der karten nichts macht hier natürlich hier auch noch so ab an die front ab an die front ab an die front ab an die front so wunderbar dass die kreifen automatisch an der baut natürlich am längsten weil er einfach nicht nach hinten war 40 20 der recht wird eingekerkert 10 das passt soweit immer noch politionsstätten frei wir können einfach unmengen produzieren so 20 stück hier 20 dort 20 da das sollte jetzt mal wieder ausreichen eventuell mit auf eventuell ja wir brauchen ceramide bis zum Unfall wir brauchen ceramide bis zum Unfall aber dazu können wir ein bisschen was in Auftrag geben ja das sollte nach und nach ausreichend sein okay wie schaut es aus mit dem krieg ach wir sind so gut wie dran wir sind so gut wie dran okay greift ihr automatisch an ihr greift automatisch an das heißt ich kann jetzt mich mal darauf beschränken so dann sagen wir nämlich ihr hier ihr seid es bitte einen massiv hinter machen quasi in den bereich rein sobald wir es könnt angreifen dauert mehr lang dauert bei weitem nicht mehr lange motor ist haben wir ziemlich viele eigentlich da das die vergessen finished wunderbar die kervor rein mit euch rein mit euch macht sie fertig ich war es nicht ganz einfach aber ihr könnt das wäre jetzt ein moment truppen ihr sollt eigentlich erst mal hier ein nehmen ok dann scheinen sie gleich mehr ein nehmen zu wollen ich sage ich lange linie das müssten glaub unterschiedlich sein ihr habt das sind auch das sind sowas von unterschiedlich ich glaube ich gar nicht mehr zugucken oder irgendwas machen macht das alleine in richtung einfach mal land ein nehmen finde ich gut finde ich sehr gut durfte öfters machen dürfte öfters machen so und hier spawnt dann quasi hier insofern verfügbar natürlich gerade weil die linie hier wird doch ein bisschen angegangen für mich natürlich aber zuerst mal müssen die hier was führen offensiv linie so angreifen wir dürfen das jetzt angreifen wow wir haben irgendwo einen Trupp noch übrig gell wir haben hier einen Trupp übrig bitte frontlinie hier aufbauen dankeschön mit angriffsbefehlen wenn ich bitten darf ihr müsst es ganz dringend dorthin sowas von ganz dringend dorthin ok dann probieren wir es einfach mal aus was soll es was kann denn schon schief gehen beziehungsweise moment wir machen noch eine schöne sache speichern das imperator let's play abspeichern yep haben noch ein paar Minuten Zeit ich wollte nur gerade gucken nicht dass die Folge jetzt gleich zu Ende ist ähm ja bitte einmal Krieg aussprechen können wir denn die Linie hier die ist zu groß die ist definitiv viel zu groß ähm sie besteht aus den ganzen Leuten hier ne die hinteren die sind es ok die sind es alle dann würde ich doch mal sagen nachdem die so groß ist bitte hier zu machen ähm ich muss gerade mal gucken offensiv Linie jepp hier hin zu machen damit könnt ihr euch so viel einsparen mit so viel meine ich auch wirklich viel weil der ganze Klotz hinten fällt weg und wir sind ja glatt wir sind ja sowas von glatt dann oh ja das ist ja nämlich auch ganz schön lang gezogen stelle ich fest hu 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 naja ich weiß hier geht es gerade nicht ganz so gut aber was weiß ihr nehmt aber auch echt gut ein muss ich sagen ihr nehmt richtig gut ein aber irgendwo nachteil momentan nicht wirklich nicht wirklich stelle ich fest na und wenn die hier größer werden können wir sogar die hier abziehen woanders hinschicken das wird böse das wird noch richtig böse werden ähm macht ihr ihr greift ach ihr könnt es sogar nach unten holen sehe ich gerade das wäre auch noch eine Möglichkeit ihr greift hier zusammen als Verbund an ok finde ich gut finde ich auch sogar wichtig ähm können wir den Orangen hier noch sagen die verlagen sich gerade aber bitte eine Offensivlinie auch noch gleich quasi hier rum machen yep wir nutzen alle Möglichkeiten die uns zur Verfügung stehen wer seid ihr denn keine ah hier ok aber wer sind dann die ach die gehören mit dazu die gehören mit dazu dann geben wir euch auch schon mal ein Offensivbefehl für die Region so ja guck mal so es greift an es passt schon so da dürfte nämlich eh wenig los sein und die können sich immer noch halten wow ich bin begeistert muss ich sagen einmal das hier starten und einmal das hier starten ah wer Imperator okay weil die haben auch schon einen ordentlichen Batzen die haben den ganzen Grund ach die haben die Linie hier ans gemein nur ok äh Moment Moment wenn das so ist können wir doch hier sagen nimm doch die Kuppel hier ein ah Offensiv einmal bitte so querfeld einen rüberziehen jep das ist genug was ihr einnehmen könnt für einen Moment und ihr hier tut gleichzeitig weil ich meine wir können es ja Offensivlinie nach da hinten machen angreifen mehr Frontenkrieg das erwartet doch keiner von denen das erwartet doch keiner von denen so ihr hier macht in der Zwischenzeit auch einen Großangriff und nimmt den Bereich hier für euch ein jep passt auch wenn es vielleicht ein bisschen schwierig wird aber immer noch 11.000 Panzer das ist nicht verachtlich wir haben was eingenommen wir haben was eingenommen wir haben das ja eingenommen ok das ist schon mal gut schon mal sehr gut alles mitnehmen End of Turns Done wunderbar müssen wir jetzt vielleicht noch hier viel Cash nix haben wir schon bereits gemacht das ist einmal eine Armee die gerade nichts macht ok wir haben hier 1 2 3 4 ich glaube dann sagen wir noch sollen wir noch deine noch runter schicken ich muss gar nicht nur besiegen wo wir effektiv überall angreifen können ich meine wir könnten schon mal sagen hey greift doch greift doch hier an du später warum nicht komm von den hier bilden hier bitteschön ähm das ist zu klein das ist die wichtigste von den hier bilden ja die ist ein bisschen groß muss ich geschehen ein bisschen groß aber das kriegt ihr schon hin Conquer Relification 15 so wenig ok kann ich denn 2 2 3 tun wir hier sie rausholen sobald sie fertig sind wenn ich quasi dann die URSH schlucke möchte ich die auf der ganzen Linie angreifen also würde ich groß sein deswegen brauche ich hier quasi noch ein bisschen was um entgegen zu kommen ähm 1 2 3 wenn wir das mal sehen ihr habt das Passpower das passt auch überall ihr könnt hier noch ein bisschen was reinpumpen aber sonst wie gesagt mit Fliegen handt hier mir eh ziemlich wenig rum weil ich bin noch nicht so der Fan davon muss ich ganz ehrlich sagen 40 auch 40 warum nicht ernsthaft muss ich das Einzelne anklicken ah hier ah ja ja das ist ja richtig dumm oder kann man das mit Shift vielleicht machen ja geht ok 25 das haben wir noch ein bisschen gesteigert das haben wir auch noch ein bisschen steigert und das tun wir auch noch ein bisschen steigern das passt schon wird schon nach und nach wird schon nach und nach und ihr unten auch so dann bitteschön ich möchte gerne einen Kriegsgrund um bei euch einfallen zu können und zwar ist der Kriegsgrund ganz einfach der dass ich ähm das oberen möchte ne eigentlich nicht das hier ähm ne wenn dann was weiter hinten das ist nicht weit weg vielleicht noch ein bisschen genau das hier das ist mein Kriegsgrund weil ich das haben möchte und ich es nicht bekomme von euch deswegen bin ich böse nur deswegen kann ich sagen könntest du das noch vor ins Ei nehmen das wäre echt super dankeschön ich hoffe es mir der Produktion allgemein von allem aus das wollte ich angucken nicht schlecht auf jeden Fall ja aber wir haben noch jede Menge Reparaturen die müssen auch noch durch das wurde angegriffen das wurde angegriffen das wird angegriffen hmm die Insel hier hinten muss ich auch mal was dagegen machen ähm hier hier nächste Frontlinie bitte einmal so rumziehen und angreifen und ihr die zwischendrin könnt doch bestimmt schon mal sagen hey in der Zwischenzeit klauen wir uns den Klotz hier weg und die Orangenen die hier sind seid ihr hier bitteschön einmal in der Offensive die dann quasi so rummachen passt passt ok aber nachdem mein äh sagt es mir mein Alarm gerade losgeht würde ich mal behaupten ich mache an der Stelle einen klitzekleinen aber feinen Cut und hoffe natürlich viel Spaß beim Zuschauen und beim nächsten Mal wird es besser na guck mal da kann man gerade gar nichts machen aber hier kann man was machen denn die Versorgung stimmt noch nicht da hinten auf keinem Auge da gibt es noch viel zum upgraden damit unsere Panzer auch weiterhin quasi ach da gibt es gar nichts ok genauso wie hier es gibt Fies tut man auf jeden Fall aber das und noch so vieles mehr sehen wir in der nächsten Aufnahmerrunde bis da hoffe ich viel Spaß beim Zuschauen und es würde mich freuen wenn ihr da mit dabei sein könnt macht es gut und wie immer tschüss und dann wird es auch ein bisschen sagen wir mal heftiger Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF für funk, 2017